Netflix versucht, seinen Katalog mit Eigenproduktionen zu vergrößern. Darum ging es eben gerade. Aber die große Nachfrage nach neuen Filmen und Serien kann man damit kaum stillen. Deshalb kauft Netflix auch fleißig Filme ein. Und zwar gerne bei jungen Leuten, die anders arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen. Auch bei Philipp Eichholz hat Netflix angeklopft. Unter anderem ging es um einen Film, den erst keiner haben wollte. Luca tanzt leise. Die Geschichte einer Mittzwanzigerin, die nach Jahren der Depression ihr Abi nachholt. Vor der Sendung habe ich mit Philipp Eichholz gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie es sich anfühlt, dass ein Film Luca tanzt leise zusammen mit einem Zweiten jetzt doch noch ein großes Publikum findet. Wie eine späte Anerkennung seiner Arbeit vielleicht? Also wenn man so einen Film macht, dann macht man ihn ja erstmal wahrscheinlich für sich selber, weil das Publikum kommt oder kommt, nicht gerade bei so einem kleinen Film. Normalerweise war für Filme, die auf Festivals halt starten, wie meine auch, das sind der Weg, okay, es ist ein Festivalstart, dann kommt er auf DVD raus, die DVD kauft niemand, weil niemand von dem Film gehört hat. Und dann war es das mit dem Film. Aber eben durch Plattformen wie Netflix haben wir halt ein Leben danach bekommen. Nach dem Kino, nach der DVD-Veröffentlichung? Fast schon wichtiger teilweise leider. Also ich mag das Kino, ich liebe das Kino, ich gehe ja wirklich jede Woche auch ganz oft hin. Aber eben wirklich, bei Netflix steht halt Film wie Liebe mich oder Luca tanzleise eben neben Film wie Coco Weh oder Fuck You Goethe. Und für den normalen Zuschauer erstmal ist er vom Plakat her nicht ersehbar, dass wir jetzt eine No-Budget-Produktion waren. Was auch, glaube ich, für den normalen Zuschauer erstmal unwichtig ist, wie viel Geld wir hatten, den Film zu machen. Wie viel, aber mich interessiert es, wie viel hatten Sie denn? Ach Gottchen, das darf ich doch jetzt nicht sagen. Wir haben Luca für 6.000 Euro gemacht. Das ist natürlich eine theoretische Summe, weil das sind alles Profis, die da mitgespielt haben. Auch vor der Kamera, ganz phänomierte Schauspieler. Und das sind Gagenrückstellungsverträge. Und jetzt mit den Netflix-Geldwelten, die auch Geld bekommen. Das ist ein kleines Team. Wir haben am Set selber, mal für den Zuschauer vielleicht, beim regulären TV-Film in Deutschland hat man so circa 30 bis 40 Leute am Set. Beim normalen Dreh. Und ich halte mein Team absichtlich klein. Das hat nichts mit Budget zu tun. Also wir sind fünf Leute am Set. Der Fokus liegt auf dem Schauspiel. Und ja. Mumblecore, das ist so die Sparte, denen man ihre Filme zuordnet. Mumblecore muss man vielleicht kurz erklären. Das kommt aus den USA. Die Bezeichnung bezeichnet eigentlich Filme, wo der Ton so schlecht ist, weil das Geld vielleicht fehlt für die Produktion, dass man die Leute kaum versteht. Bei ihnen versteht man, was die Leute sagen. Aber trotzdem, die Budgets, die sind einfach ziemlich gering. Was wollen Sie denn sagen? Macht die Not erfinderisch oder macht Not vielleicht die innovativeren Filme? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch ganz tolle Filme mit ganz viel Budget. Aber ich glaube, Kreativität kommt immer dann zum Vorschein, wenn man halt nicht alles mit Geld lösen kann. Aber natürlich will ich auch mit Budgets arbeiten. Und ich habe Projekte in der Mache, die auch mehr Budget haben werden. Aber generell, für meine ersten drei Filme, jetzt kann ich mal sagen, war es sehr befreiend, einfach so unabhängig zu arbeiten und einfach es zu machen. Luca ist ein Film, der ist komplett aus dem Bauch entstanden. Der war von der Idee bis zum ersten Drehtag waren das zwischen drei Wochen. Das ist ungehört beim Filmemachen. Film ist ein sehr kopfstarkes Medium, wo dann Gremien dazukommen und man von der Idee bis zum Dreh vergehen, drei bis vier Jahre. Und man musste durch so viele Kanäle gehen. Ja, vielleicht kranken daran ja auch viele Filme. Vielleicht krankt daran dann auch irgendwann, vielleicht geht dann irgendwann die Kreativität unter. Ich habe gelesen, dass sie Filmförderungen ablehnen. Stimmt das? Das stimmt keineswegs. Aber trotzdem sind halt die drei großen Filmen. Also meine Produkungsfirma ist von Oma gefördert, genau. Und das ist... Tatsächlich, die Oma hat da wirklich Geld gegeben. Meine Oma hat sicherlich auch mal wirklich Geld gegeben. Meine Oma ist nicht reich nebenbei. Aber wir reden ja auch wirklich hier nicht von den größten Summen. Nee, nee, also ich muss da sagen, zum Beispiel das Medienbord Brandenburg kam nach Liebe. Mich hat mir eine ganz liebe E-Mail geschrieben und gesagt, berichte doch mal über den nächsten Film. Dann muss die Oma vielleicht nicht den nächsten Film fördern. Und das fand ich ganz toll. Das Ding ist, glaube ich, aktuell, warum ich mit der Förderung noch nicht gearbeitet habe. Aber schlicht und ergreifend der, dass ich die Schnelligkeit mir momentan nicht nehmen lassen wollte. Ich habe den Film gefühlt. Ich hatte die Schauspielerparade. Ich hatte mein Team in place. Und wir haben einfach gedreht. So, aus dem Bauch heraus. Mit diesem geringen Budget zu arbeiten, das ist ja gerade das offenbar, was Sie interessant macht für Netflix, weil Sie halt Dinge anders machen. Weil die Dialoge improvisiert sind, weil Sie zum Teil mit Laien-Schauspielern gearbeitet haben. Haben Sie nicht Angst, dass das zu verlassen irgendwie, dieses Sparte? Ich glaube, da muss ich einfach mich auf mein Gefühl als Geschichten, das jeder verlassen und das ich auch prima entwickeln konnte in den letzten drei Jahren, durch diese drei Filme auch. Das, glaube ich, der Humor oder meine Weltsicht, egal wie ein Film drin, immer so ein bisschen mit reinkommen wird. Und diese Impro-Sache ist auch nicht dogmatisch. Aber es ist halt eine Form gewesen, mit der es mir Spaß macht, mit Schauspielern zu arbeiten. Und ich denke nicht, dass sich das ändern wird, wenn wir mal ein paar hunderttausend mehr hätten. Das Improvisieren in Filmen und in Serien ist aber etwas, was im Moment ganz gut geht. In Großbritannien kann man das sehen bei der Krimiserie Suspects. Da werden die Dialoge weitgehend improvisiert. Und die UFA, die hat jetzt die Filmrechte für die deutsche Adaption erworben. Wenn jetzt so eine deutsche, traditionsreiche Produktionsfirma auf den Trend aufspringt, meinen Sie, das kann gut gehen? Naja, ich habe ja nun drei Folgen gedreht. Also das geht wunderbar, weil die drei Hauptkommissare wirklich gute Schauspieler sind, die improvisieren können. Und dann liegt es halt wirklich von Folge zu Folge, wie aber auch im englischen Format, wie gut sind da die Episodenrollen. Weil die müssen auch abliefern. Aber hat es schon das Arbeiten für Sie verändert? Natürlich war ich ein bisschen im Rahmen der UFA, wie ich arbeiten musste. Aber das spielerische herausarbeiten, was jetzt wichtig in der Szene ist oder was, das war dieselbe Arbeit wie bei meinen Filmen. Und das war toll mit den Schauspielern. Ja, die UFA, glaube ich, das war schon, die waren da mutig. Also ich bin ja auch kein bekannter TV-Räsecheur. Also dann jemanden wie mich an Bord zu holen, der zwei Indie-Filme gemacht hat. Da gab es sicherlich auch intern einen Kampf, kann ich mir vorstellen. Aber sie haben mich darauf eingelassen und sie haben mich auch machen lassen. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich wirklich die Freiheit hatte, mit meinen Schauspielern am Set zu merken, okay, das stimmt gerade dramaturgisch nicht, das ändern wir jetzt. Punkt. Im Augenblick ist die Situation ja für solche Independent-Filmemacher wie Sie ganz gut. Netflix und Co. finden ihre Sachen cool und kaufen das auf. Aber der Markt, der konzentriert sich ja auch. Also einige große Player haben oder werden bald das Sagen haben. Könnte das nicht wieder zu einem Problem führen, die Kreativität einschränken? Oh Gott, ja. Alles Gute bringt auch immer Nachteile mit sich. Und aktuell zumindest ist Netflix für uns ein Segen, weil der Film halt weltweit gesehen wird. Und eben auch in Deutschland viel mehr Leuten zugänglich gemacht wird, als die zehn Kinos, die bei so einem Kinostart hatten. Das wäre ja vor 15 Jahren noch undenkbar gewesen, dass man solche Filme überhaupt irgendwo findet. Von daher ist Netflix gerade noch etwas, was ganz Tolles. Ob es irgendwann mal nicht mehr toll ist, sei mal dahingestellt. Und natürlich, dann wird sich der Markt wieder verdrehen und keine Ahnung. Aber wir gehören zu den Privilegierten aktuell, also dass wir auf Netflix sind. Philipp Eichholz über den Einfluss von Streaming-Diensten auf seine Arbeit. Wir haben noch ein bisschen länger mit dem Filmemacher gesprochen. Zu finden online unter deutschlandfunk.de slash korso.